Und hallo zusammen, wieder Montag. Ich bin hier jetzt schon wieder in Bamberg. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen Büroarbeit erledigen und dann geht es dann auch schon wieder los mit dem Unterrichten. Heute natürlich hier wieder Online-Unterricht und auch Präsenzunterricht. Mal sehen, ob ich vielleicht jetzt dann noch ein bisschen was üben kann oder ob die Zeit dann schon zu knapp wird. Werden wir sehen. Wir sehen uns dann vielleicht morgen, wenn es die Zeit erlaubt. Aber auf jeden Fall dann wieder am Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und hallo zusammen. Wir unterrichten dann den ganzen Tag bis in den späten Abend. Und ich würde sagen, dass wir uns dann morgen wiedersehen. Morgen Donnerstag bin ich dann auch wieder hier und auch in Künzesau. Bis morgen. Ja und hallo zusammen. Ja und hallo zusammen. Morgen habe ich dann noch einen Unterrichtstag in Würzburg, sowohl Präsenz als auch online. Ich werde mich aber dann jetzt schon mal hier von euch verabschieden, weil ich dann morgen noch relativ viel zu tun habe. Vor allem auch dann mit dem Schneiden von dem letzten Vlog. Euch natürlich wieder einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ja. Ja und da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020